Hallo lieber Schütze und herzlich Willkommen zum Tachroskop mit Ella. Ich lege die Liebe für den Schützen im Januar 2018. Dazu lege ich ein Herz, die Herzlegung und zwar geht es da um die Energien. Das heißt also deine eigenen Energien, die Energien deines potenziellen oder deines realen Partners und wie die Beziehung im Monat Januar verläuft. Also deine Energien im Januar. Drei der Stäbe. Das heißt du bist mit einem Projekt, einer Sache beschäftigt und vielleicht gar nicht so auf Liebe gepolt. Der andere, dein Gegenüber, ist auch ein bisschen enttäuscht und hat irgendwie was hinter sich gelassen oder fängt was Neues an oder ist ein bisschen traurig über etwas, was sozusagen verloren scheint und sieht halt nicht das Gute, die zwei Kelche im Rücken. Tolle Voraussetzung für die Liebe. Aber wie sind denn die Aussichten? Vier der Schwerter. Ruhepause. Relax. Einfach erstmal ausruhen. Drüber nachdenken, was eigentlich gerade so läuft. Und die Aussicht der Beziehung jetzt? Ein bisschen Kampf. Das heißt aber nicht unbedingt Kampf in der Beziehung, sondern weil beide hier ihre Päckchen zu tragen haben, sich mit anderen Dingen beschäftigen, kann es sein, dass sie sich anderweitig verteidigen müssen. Wir schauen mal. Drei der Stäbe in der Liebe für den Schützen im Januar. Ja, du hast das Gleiche. Du machst dich auch auf zu neuen Ufern und suchst das Glück. Bist aber dabei auch sehr gefühlvoll und kannst wahrscheinlich nachempfinden, wenn jemand zu dir kommt und dir irgendwas erzählt. Königin der Kelche. Dein Gegenüber hat so ein bisschen, sag ich mal, den Draufgänger im Gepäck. Also selbst. Ritter der Schwerter. Ziemlich barsch. Ziemlich direkt heraus und auf eine Sache fokussiert. Aber auch König der Kelche. Aber auch dabei gefühlvoll. Das heißt, wir haben hier eine Paarung König und Königin. Das ist unabhängig vom Geschlecht jetzt, weil das ist ja eine allgemeine Legung. Deswegen dürft ihr nicht auf die Geschlechter achten in dem Zusammenhang. Auch hier nicht. Das können sowohl Mann als Frau sein. So, dann haben wir die Aussichten. Ruhe ist angesagt. Und das ist der König der Stäbe. Also auch trotzdem eine feurige Energie, aber momentan im Ruhemodus. Ja. Was noch? Erfolgversprechend. Also auch in der Liebe erfolgversprechend. Ja. Wenn ein Feuerzeichen, ich sag mal, träge ist, müde ist, ausgelaugt ist oder an anderer Front zu kämpfen hat, heißt das nicht, dass die Feuerenergie nicht geweckt werden können. Ne? So. Und die Beziehung an sich für den Monat Januar. Stabil. Ritter der Münzen. Die Beziehung oder die mögliche Beziehung ist stabil. Trotz der Verteidigungspose. Und es geht voran. Auch die Beziehung geht voran. Ja. Also, es ist einfach so, dass momentan beide Seiten nicht auf Liebe fokussiert sind. Und wie das manchmal so ist, auch wenn man überhaupt nicht daran denkt, kann sie passieren. Ja. Ganz plötzlich, unerwartet. Vielleicht im Zusammenhang mit dieser Verteidigungsstrategie oder mit dieser Zielverfolgung. Ja. Beide haben ein Ziel. Beide müssen irgendwas hinter sich bringen. Etwas erledigen. Etwas vorausschauendes planen oder so. Und plötzlich ist die Liebe da. Wir machen gleich noch eine Wochenlegung für den Monat Januar. Und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht noch ein paar Informationen rausholen können. Also, bis gleich. Hallo, mein lieber Schütze. Wir sind wieder da mit der Vier-Wochenlegung. Januar 2018. Erste Woche. Der Ritter der Stäbe. Feurige Energie. Stimmung feurig. Zweite Woche. Königin der Kelche. Gefühlvoll. Romantisch. Wow. Dritte Woche. Der Wagen. Wir preschen voran. Vierte Woche. Acht der Schwerter. Nicht wahr, ne? Okay. Also, die Acht der Schwerter bedeutet immer gefangen in seinem eigenen Kopf, in seinen eigenen Gedanken. Nichts von außen, sondern von innen. Ja. Du stehst dir wieder selber im Weg. Aber beginnen wir erstmal mit dem Ritter der Stäbe. Schnelle Energie. Acht der Stäbe. Also, auch in der Liebe. Es geht voran. Da haben wir das, was wir in der vierten Woche auch haben, aber gefangen in den Gedanken. Super. Okay. Zweite Woche. Königin der Kelche. Gefühlvoll. Erfolgreich. Wahrscheinlich gibt es was zu feiern. Du hast irgendein Ziel erreicht. Bist irgendwo da, wo du hin willst. Und teilst das natürlich auch mit deinem Leben. Guck dir das an. Zehn der Kelche. Besser geht's nicht. Also, ich denke mal, da wird richtig heiß gefeiert. In der dritten Woche. Der Wagen. König der Münzen. Hatten wir eben auch schon. Erfolg. Ja. Auch in der Liebe. Stabilität. Erdgebunden. Und Intuition. Super. Und mit diesen Kräften kannst du natürlich auch voranschreiten. Auch in der Liebe. Wenn du dich sicher fühlst. Wenn du das durch vielleicht einen Erfolg in irgendeiner Form, ja, Selbstbewusstsein gewonnen hast. Wow. Vierte Woche. Der Eremit. Aber umgedreht. Komm raus aus deinem Schneckenhaus. Ja. Zieh dich nicht zurück. Auch wenn irgendwas passiert ist oder irgendwas nicht so geklappt hat. Nicht verkriechen. Alles in Maßen. Wieder die Mäßigkeit. Also. Ihr erwartet sehr viel von euch. Die Welt erwartet viel von euch, weil sie es von euch gewohnt sind, liebe Schützen. Aber schaltet mal einen Gang zurück. Moment. Ich muss mal eben eine Karte einsammeln. So. Da ist nämlich eine Karte rausgejumpt. Die musste ich jetzt erstmal einsammeln. Und zwar. Bleibe aufgeschlossen. Dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Also. Was ich sagen wollte. Ihr steht euch ja oft auch immer gerne selber im Weg. Die Welt erwartet viel von euch. Ihr erwartet viel von euch. Ihr müsst den Gang runterschalten. Ja. Geben und nehmen. Ausgleichen. Balance. Das ist das Zauberwort. Ja. Also. Wenn ich jetzt eine Woche Überstunden kloppe, dann müssen auch mal zwei, drei Tage frei da drin sein. Zum Beispiel. Und. Ihr müsst euch nicht immer verausgaben. Das ist bei vielen Sternzeichen so. Das ist in unserer Gesellschaft wahrscheinlich so, dass jeder meint, er müsste sich verausgaben. Ja. Ja. Es geht, wenn man clever ist. Auch auf eine andere Art und Weise. Ja. Man kann sich überlegen vorher, wie man das durchführt. Auch in der Liebe. Und man kann, ja, seine Kräfte gezielter einsetzen, wenn man vorher überlegt, bevor man etwas angeht. Ja. Und hier habe ich noch eine Karte für euch. Past-Life-Beziehung. Ihr habt euch schon früher gekannt. Mensch. Also. Du wirst deinen Seelenpartner treffen. Im Monat Januar. Oder hast ihn vielleicht schon getroffen. Nur es wird vielleicht ein bisschen enger. Ja. Übernehmt euch nicht. Nehmt euch nicht zu viele Ziele vor. Konzentriert euch und fokussiert euch auf eine Sache. Wie eben auch, wie wir die Herzlegung gemacht haben. Ihr seid auf eure Sache fixiert. Jetzt kommt die Liebe vielleicht dazu. Aber lasst euch doch nicht von diesem Ziel abbringen. Lasst euch nicht ablenken. Die Liebe ist schön. Die kann euch beflügeln. Ja. Aber ihr könnt euch nicht zerreißen. Eins nach dem anderen. Versprochen. Okay. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir Kommentare da lasst. Wie das für euch gepasst hat. Wie ihr damit klarkommt. Ob es euch geholfen hat. Ich würde mich freuen. Ja. Und wenn ihr mögt, gerne Daumen hoch. Abonnieren. Dann kriegt ihr auch eine Info, wenn das nächste Mal was kommt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch einen tollen Januar 2018. Bis bald. Tschüss. Tschüss.